Hey Leute was geht ab und jetzt willkommen bei einem neuen Video Heute mal wieder gestartet hier aus dem Aufzug Es riecht es hier immer so gut Auf jeden Fall geht es heute nach langer Zeit mal wieder um mein Auto Beziehungsweise um mein Auto Also es gibt ein Auto Video Eigentlich wollte ich schon mit morgen losgefahren sein Es hat nur irgendwie heute Nacht wieder geschneit Also das Wetter in Köln ist echt komisch Dann hat es geregnet Also es hat irgendwie echt keinen Spaß gemacht Und ich glaube ein bisschen regnet es auch immer noch Auf jeden Fall Das Auto ist so dreckig Eigentlich müsste ich es vorher noch waschen Mach ich aber nicht Weil das Ding ist Wenn ich es dann wasche und wieder nach Hause fahre Bei die Autobahn Ist es bei dem Wetter eh wieder dreckig So Leute ihr fragt euch jetzt sicherlich Was machen wir denn heute Ich würde sagen wir fahren jetzt erstmal los Ich suche mir irgendein schönes Plätz hier Und dann erklären wir alles weitere Also bis gleich So Leute nach 10 Jahren habe ich auch endlich mal einen Parkplatz gefunden Ah guck mal da ist das Köln Stadion Es ist auf jeden Fall immer noch ein bisschen am regnen Aber ähm Ja ich bekomme wirklich vor allem so bei Instagram Oder auch manchmal bei YouTube so kleine Fragen gestellt Was halt das Auto angeht Ich weiß es kam jetzt auch länger schon nichts mehr dazu Aber ich wollte dieses Video halt irgendwie mal gemacht haben Weil ich finde es selber interessant Und ähm Ja bevor ich jetzt einfach so ein Fragen und Antworten Video mache Zu dem Auto halt Habe ich mir einfach mal gedacht So ich habe das jetzt ein halbes Jahr Und äh in diesem halben Jahr sind mir natürlich viele Sachen aufgefallen Die echt mega cool sind Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile Das gehört ja immer dazu Und ja darum soll es in dem heutigen Video gehen Also einfach mal Vor- und Nachteile Meine eigene Meinung Beziehungsweise Rezension Nach einem halben Jahr Ja Ja ziemlich dreckig Ich wollte Also ich habe mir gestern einfach mal ein paar Punkte aufgeschrieben Einfach halt Vor- und Nachteile Da ist so fett Warte ich zeige ich das mal kurz Schaut euch das mal an Richtig nice Ja Leute also nochmal schlauerweise vorher So sieht das Auto aus So also ich habe mich gestern auf jeden Fall mal hingesetzt Ich hoffe das bleibt jetzt stehen Und habe mir Punkte aufgeschrieben Die mich halt am Auto so ein bisschen stören Erstmal muss man aber auf jeden Fall gesagt haben So die Vorteile sind natürlich krass überwiegend Also ich bin mega zufrieden mit dem Auto Es ist echt richtig geil Und ich bin sehr sehr froh Dass ich mich jetzt für das Auto entschieden habe Und nicht für Keine Ahnung Ein Audi oder Was auch sonst Schaut euch einfach mal dieses Wetter an Eben lag hier noch alles voll mit Schnee Jetzt ist alles wieder weg Okay deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen Ich fange von hier drinnen an Weil es halt draußen regnet Wie schon eben kurz erwähnt Ich bin echt mega zufrieden mit dem Auto Ist mein absolutes Traumauto Also wirklich auch immer noch Und ich würde diese Entscheidung auch jederzeit wieder treffen Ich habe es ja auch schon öfter mal gesagt Was ich so extrem feiere an diesem Auto Aber vielleicht das nochmal für die Leute Die sich nur das Video anschauen Weil sie sich vielleicht selber ein ähnliches Auto holen wollen Oder sonst was Ich bin jetzt nicht der heftigste Autokenner Das weiß ich selber Aber ist ja klar kann ja auch nicht jeder sein Nur ich denke das ist vielleicht auch ganz gut Natürlich kenne ich mich mit dem Auto mittlerweile eigentlich ziemlich gut aus Und deswegen denke ich wird das auch ein ganz informatives Video Hoffe ich mal Also der erste Punkt den ich mir rausgesucht habe Wenn man das hier schon sieht Ich sitze hier wirklich immer Ich bin so super froh Dass ich hier diese Ledersitze gewählt habe Es gibt auch so Sportsitze Die wollte ich halt erst haben Nur ich glaube da ich auch ziemlich oft so langen Strecke fahre Wäre das schon echt nervig gewesen Aber diese Sitze Ohne Witz Ich war noch in keinem Auto Ich kenne kein anderes Auto In dem ich bis jetzt drin gesessen habe Wo ich gesagt habe Ey deine Sitze sind bequemer als meine Das sind echt mega geile Sitze Die auch so ein paar Features finde ich haben Die echt entspannt sind Man kann die Sitze an der Seite ganz einfach elektronisch verstellen Hoch runterschieben Das Auto hat auf der einen Seite natürlich eine Sitzheizung Die man auf drei Stufen verstellen kann Aber auch eine Sitzkühlung Was für den Sommer echt extrem geil ist Ich meine gut jetzt ist es kalt Da braucht man sowas nicht Aber im Sommer Mega entspanntes Feature Also danke dafür Also die Sitze feiere ich mega Und wenn man sich hier umschaut Also ich finde den Innenraum so echt mega gut designt Es ist jetzt nicht zu viel Aber es ist auch nicht zu wenig Also es gibt echt viele Features Man kann das Licht verstellen Man hat auf dem Lenkrad eigentlich alles was man so braucht Das sollte aber eigentlich der nächste Punkt sein Nur ich fühle mich hier wirklich immer wenn ich drin sitze Mega wohl Und freue mich wirklich immer aufs Neue Wieder mit dem Auto fahren zu dürfen So ich würde sagen Jetzt gehen wir aber nochmal raus Und machen von draußen weiter Wir haben hier irgendwie so eine Hundewiese Und hier sind echt ziemlich viele große Hunde Die mich hoffentlich gleich nicht anfallen So kommen wir als nächstes zum Lenkrad Habe ich ja gerade schon angesprochen Ich finde das Lenkrad auch vom Design erstmal richtig cool Vor allem das Pferd da drauf Und man hat aber wirklich so Ich sag mal so nicht zu viele Knöpfe Aber auch nicht zu wenig Das passt genau Man kann Sprachsteuerung aktivieren Man kann die Lautstärke von der Musik regeln Was auch extrem cool ist Der Tempomat ist genau am Lenkrad mit dran So jetzt sitze ich auch schon wieder drin Wir waren beim Lenkrad Tempomat ist einfach auf dem Lenkrad drauf Ist nicht dahinter Bei meinen Eltern zum Beispiel Die haben einen VW Ist der Tempomat dahinter Da finde ich das hier wesentlich besser gelöst Kann man einfach entspannt anklicken Verstellen wie man möchte Also das Lenkrad ist wirklich top Einfach zu verstehen Und ich habe hier auf jeden Fall Einige Knöpfe zum Rumspielen Also das feiere ich auch sehr Was man hier dann auch wirklich sagen muss Viele haben ja immer so Oder denken so Sportwagen Der Kofferraum ist extrem klein Ist ja auch verständlich Ich meine es gibt viele gute Beispiele Wo der Kofferraum sehr klein ist Hier muss man allerdings sagen Der Kofferraum ist wirklich extrem groß Das hätte ich selber nicht gedacht Dass da so viel reinpasst Also ich würde schätzen Da passen auf jeden Fall Ja so gut sechs Handgepäckkoffer rein Man könnte sonst auch noch einfach Die Notfallsitze hinten umklappen Dann hat man noch mehr Platz Also man könnte auch Keine Ahnung Irgendwie so ein Brett hier durchschieben Wäre auch kein Problem Ich glaube ich war eben noch Beim Premium Paket stehen geblieben Da habe ich noch nicht so viel zu gesagt Also hier ist das Premium Paket 2 drin verbaut Kostet ungefähr 2000 Euro mehr Man hat dann allerdings noch Einige extra Features Also das lohnt sich wirklich sehr Wenn ich dann jetzt zum Beispiel An den AMG denke oder so Da kann man ja wirklich noch Echt eine Menge Geld ausgeben Um alle Features drin zu haben Hier gibst du 2000 Euro mehr aus Und hast eigentlich alles Was man so wirklich braucht Das ist schon echt gut Und ich finde wenn man sich dann das Auto holt Sollte man auch darauf achten Dass das Premium Paket mit dabei ist So jetzt fällt mir auf Ich könnte eigentlich auch wieder rausgehen Geil hat aufgehört Was mir auch wirklich sehr gut gefällt Ist die Soundanlage Hier muss ich jetzt wirklich sagen Ich weiß nicht was genau das für Boxen sind Die sind auf jeden Fall mega krass Ich kann gleich mal kurz einen Soundcheck machen Ich weiß nicht ob man das auf der Kamera Jetzt auch so gut hört Aber das sind wirklich richtig gute Boxen Der Bass ist geil Und das klingt halt so null Wie man das in vielen Autos hat Wenn man es weiter auftritt So plastikhaft Plastikhaft ist ein super Wort Immer wenn ich rausgehe Fängt es wieder an zu regnen Es klingt halt wirklich selbst Auf der höchsten Stufe noch fett Und das feiere ich auch Was eigentlich das geilste ist Wo ich mich eigentlich erschrocken habe Weil ich dachte Ey ist da irgendwie was falsch oder so Das hätte ich wirklich ganz anders eingestellt Man denkt ja immer so Mustang Der verbraucht Unmengen an Sprit Gut das ist jetzt auch nicht der GT Sondern der EcoBoost Verbraucht logischerweise ein bisschen weniger Nur ich hätte hier jetzt auch so mit 11, 12 Litern gerechnet eigentlich Aber ich fahre so Ich würde mal sagen Im Durchschnitt auf der Autobahn 160 Und ich war wirklich noch nie Über 9,5 Liter auf 100 Kilometer Was schon eigentlich echt cool ist Also da verbraucht auch der von meinen Eltern Zum Beispiel mehr Und was auch einfach geil ist Man kann das Auto abschließen Geht hin Muss es nicht mehr aufmachen Und es geht von alleine wieder auf Weil der Schlüssel in der Nähe ist So das waren die ganzen Vorteile Jetzt kommen noch einige Nachteile Die Man finde ich hätte besser machen können Allerdings ist das jetzt auch kein Weltuntergang Ich hoffe die Kamera durchnässt nicht So wie es regnet Was ich wirklich blöd finde Vor allem wenn man dann in der Stadt fährt Erstmal nachts Ich weiß nicht Die Scheiben sind mir so ein bisschen komisch getönt Sag ich mal Auch wenn sie gar nicht wirklich getönt sind Aber wenn ich dann zum Beispiel mit dem Auto Von meinen Eltern fahren Man hat halt nachts wirklich eine viel bessere Sicht Das liegt wahrscheinlich auch daran Weil das Auto ziemlich tief liegt Und weil an der Seite hier dieser Burgen ziemlich groß ist So wir machen jetzt von innen weiter Regt dann wieder viel zu viel draußen Ich gehe mal raus Dann fängt es plötzlich wieder an Also man muss wirklich Vor allem jetzt hier in Köln Wenn man viele Fahrradfahrer hat Die auch oft denken Ey wir sind hier ganz alleine auf der Straße Man muss um sich schauen Und auch gut mal einen Schulterblick machen Weil hier einfach die Rundumsicht finde ich Nicht so gut ist Aber was will man auch erwarten Wenn ein Auto halt relativ weit unten liegt Die Scheiben jetzt nicht besonders groß sind Ja dann sollte man sich nicht so ein Auto holen Ist klar Was ich dann aber wirklich sehr schade finde Ich glaube das hätte man auch noch einbauen können Nur wenn man sich mal die Schnauze anguckt vom Auto Die ist so lang Hinten ist ein Pieper drin Vorne nicht Ich glaube das wäre besser Wäre vorne einer drin und hinten nicht Vor allem wenn man halt hier in Köln Durch Parkhäuser fährt oder so Die sind oft sehr eng Vor allem die in der Innenstadt Da wäre es schon manchmal cool Einen Pieper halt vorne auch drin zu haben Gibt es wahrscheinlich auch noch einen Fachausdruck für Kenne ich nicht Schönen guten Tag Man lernt das zwar mit der Zeit abzuschätzen Aber Ja ist halt trotzdem manchmal ein bisschen nervig Und man muss sich da ziemlich oft konzentrieren Dass man halt wirklich um die Kurve kommt Kommen wir zur Sprachsteuerung Da habe ich mich auch sehr gefreut Dass das hier drin ist Ich muss nur sagen Diese Frauenstimme die da labert Die fuckt mich wirklich so ab Also die Sprachsteuerung ist wirklich das Was mich an diesem Auto So dermaßen ankotzt Und auch ziemlich oft schon richtig aggressiv gemacht hat Also erstens Versteht die mich gar nicht immer Und zweitens labert die so viel unnötiges Zeug Dass man wirklich abgelenkt ist von der Fahrbahn So Leute ich zeige euch einfach mal kurz die Sprachsteuerung Dazu drückt man einfach hier auf diesen Knopf Ein Kommando bitte Ich sage jetzt einfach mal irgendwas Bla 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 Anrufen Los beil dich Ich habe sie nicht verstanden Sie können AM FM USB Oder Navigation sagen Die labert jetzt einfach erstmal zwei Minuten Wenn ein Telefon verbunden ist Nennen sie den Namen eines Kontaktes Und sagen sie anrufen Beispielsweise Max Mustermann anrufen Oder sagen sie wähle gefolgt von der Telefonnummer Zum Beispiel wähle 0198 Ach was Eine Telefonnummer? 0198 Ja sowas zum Beispiel Kommt dann immer Die erzählt dann gerne mal eine halbe Stunde Das gleiche ist auch bei der Navigation so Also die gebe ich schon gar nicht mehr über diese Sprachsteuerung ein Das funktioniert eh nicht Also das ist finde ich ein bisschen blöd gemacht Es lenkt einen auf jeden Fall ab Aber ja was willst du machen Das gleiche gilt dann auch fürs Navigationssystem Natürlich ist es immer cool wenn sowas mit drin ist Nur wenn es mich dann schon zweimal zum falschen Ziel gebracht hat Obwohl ich die richtige Adresse eingegeben habe Denke ich mir Willst du mich verarschen Und was ich auch noch dazu sagen muss Ich finde es ist manchmal ein bisschen unübersichtlich Man weiß nicht genau muss ich jetzt hier abbiegen Oder muss ich da abbiegen Also das haben andere Autohersteller finde ich ein bisschen besser gelöst Aber ist natürlich jetzt auch kein Weltuntergang Dann kommt noch hinzu Was ich eigentlich gar nicht wirklich verstehe Wir haben hier logischerweise überall so Abdichtungen Auch hinten am Kofferraum Nur vor allem hier am Rand Wird das Auto irgendwie extrem schnell dreckig Ich weiß nicht woran es liegt Man muss halt wenn man dann in die Waschstraße fährt Auch mal schön hier diesen Rand hier putzen Weil sich da wie auch immer ziemlich viel Dreck ansammelt Das gleiche gilt auch für den Kofferraum Da ist es auch oftmals so Dass sich da halt so Blätter verfangen Ist ein kleiner Nachteil Muss man jetzt eigentlich gar nicht groß drüber meckern Ist halt einfach so Dann was ich witzig finde Der Tankdeckel Selbst wenn ich das Auto abschließe Kann man den Tankdeckel öffnen Also es könnte nachts irgendein Vogel kommen Und mir da sonst was reinkippen Und ich würde es gar nicht merken Nur ich habe da eine Methode gefunden Den abzudecken Auch wenn das Auto halt dann abgeschlossen ist Und irgendwo steht Also meinen kann man nicht einfach öffnen Das war aber mal so Und was mir dann auch mal aufgefallen ist Ich dachte irgendwie die Motorhaube wäre kaputt Aber das ist halt irgendwie ganz normal beim Mustang So ab 180 fängt die halt ziemlich an zu flattern Da kann man auch Teile einbauen Und dass das nicht mehr so ist Aber das halte ich eigentlich für eher unnötig Irgendwann gewinnt man sich dran Dann achtet man gar nicht mehr drauf Ja das wären halt so ein paar Nachteile Achso Leute Und so sieht der Schlüssel aus übrigens Ja ich bin wieder zu Hause So Leute ich bin wieder zu Hause Es hat übelst angefangen zu regnen Wenn euch das Video gefallen hat Lasst dann auch oben da Wenn ihr es informativ fandet Schreibt gerne was in die Kommentare Wir sehen uns morgen wieder Haut rein Ciao